So, dann sind wir jetzt hier wieder am See. Zweiter Test. Ich habe mir gedacht, ach komm, wenn du eins schon gemacht hast, testest du gleich den zweiten Tabak. Und zwar, welchen testen wir jetzt? Jetzt testen wir den High One von Casey. Im Schnitt zeige ich euch wieder hier. Ultimate-typisch. Grob bis mittel. Noch nicht ganz eingezogen, aber ready to smoke. Kommen wir zum Geruch. Geruchlich riecht man leichte Zitronennote. Vielleicht auch ein bisschen stärker. Und ja, eine richtig schöne Vanillepuddingnote. Also riecht auf jeden Fall sehr lecker. So, Rauchen, NPS, Tonkopf, Phoenix, drei Kohlen. Liegen gerade außen. Kommen wir mal zum Rauch. Wie ihr sehen könnt, Kohlen liegen ganz außen. Ich zeige euch einmal ganz kurz hier. Mal sehen, die Kohlen außen. Ich bin heute Westmann ziehend. Ich lege mal die Kohlen nach innen. Gucken wir mal, wie er dann dampft. Gucken wir mal, was wir raus wollen können. Und die Milch-typisch stammt auf jeden Fall sehr geschmacklich. Auf jeden Fall der Vanillepudding im Vordergrund mit dieser Zitronennote. Ja, im Hintergrund ist nicht so zivig. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall sehr süß. So, fahrt geht's zu dem Tabak. Man schmeckt auf jeden Fall die Ultimate White Note raus. Das ist ganz klar. Aber ist auch ein bisschen was anderes. Also jetzt nicht direkt Ultimate White mäßig, sondern schon noch ein bisschen anders drin. Aber Ultimate White ist auf jeden Fall mit drin. So, was kann man zu dem Tabak sagen? Es gibt 90, 150 Gramm, halt ready to smoke. Ziemlich überteuert meiner Meinung nach. Aber er ist lecker. So kann man sich gönnen. Kaufempfehlung für diesen gibt's von mir nicht. Aber auf jeden Fall eine Probierempfehlung. Wenn ihr irgendwie einen Kumpel habt oder so, oder den unbedingt mal probieren wollt, holt euch den mit Kumpel zusammen. Dann könnt ihr ja sehen. Den einfach mal testen. 150 Gramm sind ja ein paar Köpfe. Da kann man jetzt auf jeden Fall machen. Heute Westen-Paradies hier. Willst du wohl weggehen? Großes Dankeschön geht auf jeden Fall noch an Armin und den Bulletshop. Und an den Westen. Und an die Westen, ganz dolle heute. Kannst du bitte weggehen? Ich filme gerade. Danke. Äh, ne. Wo bekommt ihr den zu kaufen? Bitte. Du machst die wütend. Ich mach die gerade so ein bisschen wütend, aber ist mir egal. Nein, zu kaufen bekommt ihr den Bulletshop. Ich mach euch den Link vom Bulletshop einfach mal unten in die Beschreibung. Ich kann euch nicht sagen, wie lange der verfügbar sein wird. Weil ich denk mal, der wird ziemlich schnell raus sein. Ja, die lieben mich heute. Und dann, ja, wer weiß wann er wieder kommt. Deswegen schlag so schnell wie möglich zu. Ich finde auf jeden Fall, geruchlich sind die Sorten top. Ich werde die anderen drei Sorten für euch auch noch testen. Jetzt haben wir da noch den Penix. Den Pata Morgana. Und was ist der andere? Pata Morgana. Auf den fünften komm ich gerade nicht. Aber ich werde den jetzt genüsslich weiter rauchen. Und dann gehts wieder ins Wasser weg von den Wespen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin machts gut. Bis dahin machts gut. Bis dahin? Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!